Ja, Orte, vielleicht nochmal kurz zur Zusammenfassung. Sie haben die Diskussion gerade geleitet. Macht und Moral war so ein bisschen die Überschrift. Wie kann denn eine Friedensordnung für Europa in der Zukunft aussehen in Ihren Augen? Ja, wir haben also tatsächlich diskutiert, einerseits von der Heerenwarte des Rechts und der Moral und dann aber auch von der Machtpolitik, Geopolitik. Also ich glaube schon, dass Europa vielfältig bleiben muss. Wir brauchen aber auch zentrale Strukturen. Wir brauchen eine europäische Abschreckungsmacht. Und wie auch immer man die organisiert, die deutsch-französische Achse drängt sich da auf. Frankreich will das eigentlich nicht. Frankreich will den Euro, aber nicht die Atomstreitmacht teilen. Die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, ist eigentlich das zentrale Element, Sicherheit in Europa zu schaffen, nicht gegen irgendjemanden, gegen Russland. Denn Russland ist auch teilweise eine europäische Macht. Also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit wäre es. Und da waren wir vor 1990 auf einem guten Weg oder um 1990 herum. Und mittlerweile ist das ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Da müssen wir ganz stark drauf setzen. Sollte Deutschland auch ein bisschen mehr nach Osten blicken, auch zu den ost- und mitteleuropäischen Staaten? Deutschland muss zunächst einmal tatsächlich seine eigenen Interessen definieren. Und das ist zunächst einmal Frieden in Europa. Und da sind wir ja weit von weg. Wir lassen uns ja instrumentalisieren, überall auf der Welt irgendwelche imaginären Frieden zu schaffen. Also wir müssen uns klar werden, dass Deutschland, das keine Interessen zeigt, nicht etwa geliebt wird, sondern verachtet wird. Also da zum natürlichen Bild der eigenen Interessen im Einklang oder auch in der Diskussion mit anderen europäischen Ländern zu kommen, wäre ganz wichtig. Da gehört natürlich Ost- und Mitteleuropa dazu, da gehört auch Russland dazu, da gehört Frankreich dazu und viele andere. Es wird ja auch mal gerne seitens der Bundesregierung und anderer behauptet, wer so redet, der sei kein guter Europäer. Warum kann man ein guter Europäer sein und trotzdem auch eigene Interessen vertreten? Europa wird nur wachsen als ein Gemisch verschiedener nationaler Charakteristika. Ich kann nicht letztlich die Kultur zerstören und dann durch eine zentrale Bürokratie ersetzen. Dann zerstöre ich Europa. Also diejenigen, die jetzt uns vorwerfen, dass wir auch über nationale Interessen sprechen, über Interessen der Staaten in Europa, die wollen Europa zerstören, weil sie sämtliche Identitäten auslöschen wollen und dann ein bürokratisches Supermonster drüber setzen. Wir sollten von den Interessen, von den Strukturen ausgehen, die wir haben und so unser Europa bauen. Das müsste man den Bürgern aber noch mehr erklären, dass das das eigene Europa ja schützt und auch vor allem die Kultur schützt. Unsere Position eines Europas der Vaterländer, das sich zu mehr weiterentwickeln kann. Das muss nicht der letzte Schluss sein. Wir brauchen auch europäische Institutionen, aber die Nation ist nun mal noch da und sie muss auch eine gewisse Rolle spielen, wie in einem Bundesstaat. Die einzelnen Staaten auch noch Rollen spielen und zwar Identitäten sind. Auch nach 1945 haben sich die Bundesländer im Westen, zumindest in Deutschland, sehr stark eigene Identitäten ausgebildet oder weitergeführt. Das brauchen wir eben auch für Europa, aber diese Position ist ja da und sie wird von vielen geteilt. Sie wird nur von den meisten Medien überhaupt nicht gespiegelt, weil die meisten Medien mittlerweile zur reinen Propaganda geworden sind für die eine Seite. Ist der Europawahlkampf vielleicht eine gute Gelegenheit, um da andere Mehrheiten zu schaffen? Der Europawahlkampf wird sehr wichtig, weil es vielleicht die letzte Chance ist für dieses Globalisierungsprojekt, für dieses Verwischungsprojekt der Identitäten, sozusagen multikulturelle Mehrheiten zu bekommen, die also Identitäten auslöschen wollen. Denn es regen sich ja Gegenkräfte und deswegen wird diese Europawahl auch so wichtig. Vielen Dank.